So meine Freunde, eigentlich wollte ich gerade paar YouTube-Videos angucken, aber jetzt wollte ich mal zeigen, was ich für leckeres Essen bekommen habe. Von einem edlen Spender, selbstgemachter Kartoffelsalat, lecker, 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 ein feines Mindestlöhner-Abendbrot, was ist hier in der Tüte drin? Mh, na, mal kurz mal reinschauen. Jam, 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 jam. Das wird doch munden, nach einem harten Arbeitstag. Jam, mh, das ist ja vom Allerfeinsten. Mh, das sieht mir nach selbstgemachten Buletten aus. Mh, ja, ja, selbstgemachte, vom Allerfeinsten, die werde ich mir jetzt gleich einverleiben. Mh, weitere Reviews folgen später. Mh, das ist ja vom Allerfeinsten. Mh, das ist ja vom Allerfeinsten. Mh, das ist ja vom Allerfeinsten. Vielen Dank.